Moin Moin aus dem Norden! Euer Herbert Niklas möchte hier euch heute erzählen, was in der nächsten Zeit und hoffentlich in den nächsten Jahren hier auf diesem Kanal passieren wird. In erster Linie werden wir Best-Offs von Lucky5 hochladen. Die sind in der letzten Zeit sehr, sehr gut angekommen bei euch. Und nicht nur dieses, sondern auch Reaktionen, aber auch Produkttestes werden hier in der nächsten Zeit vermehrt kommen. Das heißt auf der einen Seite Lucky5 Best-Offs und auf der anderen Seite Produktbewertung oder aber auch Reaktionen auf Sachen, die gerade aktuell in der Welt sind. Ich hoffe, euch wird dieses gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und viel Spaß in der Zukunft hier auf meinem Kanal. Haut rein!